Vegane Pizza, ich glaube es hackt. Du kannst diese Pizza Box essen. Die ist vegan. Habt ihr manchmal auch das Problem, dass eure Füße so kalt sind? Hallöchen und herzlich willkommen zu einem richtig lustigen Minecraft-Abenteuer, zu einer ganz neuen Minecraft-Mod. Mit mir, eurem sprechenden Pizzakäse, denn ohne mich läuft gar nichts den Kopper. Heute stehen wir vor einer Pizzeria und müssen hier arbeiten. Wir werden Pizza backen mit der Pizza-Craft-Mod. Das macht so einen Spaß. Wir können nämlich die Pizza selber belegen. Mit Ananas, Brokkoli, Mais, wie wir möchten. Das wird der Hammer. Wir können sie sogar verpacken, an Freunde liefern. Es ist einfach großartig. Beste Pizza-Mod aller Zeiten. Unser kleines Hot-Tock-Kündchen Lumpi ist auch am Start. Hallöchen. Und demnach kann der erste Arbeitstag beginnen. Hoffentlich werden wir nicht am ersten Tag gefeuert. Demnach gehen wir direkt zur Pizzeria. Die Bude brennt vor Kundschaft. Hoffentlich bekommen wir alles soweit gebacken. Alter, ist hier viel los. Haben die alle kein Zuhause oder was? Bevor wir jetzt in die Küche gehen, können wir eigentlich schon die ersten Bestellungen aufnehmen. Dazu werden wir zum ersten Tisch gehen. Hallöchen, Herr Polizist. Was möchten Sie bestellen? Hier, ich hätte gerne die klassische Pizza. Die klassische Pizza? Das ist eine ausgezeichnete Wahl. Fleisch, Pilze. Die Pizza müssten Sie eigentlich verhaften. Die schmeckt verboten lecker. Und was dürfen wir dir herbeizaubern? Eine Margarita-Pizza bitte. Margarita, meine Lieblingspizza. Zauberhaft gut. Kommt sofort. Und du, mein Kleiner? Was möchtest du haben? Ich möchte nichts bestellen. Ähm... Moment. Du sitzt die ganze Zeit nur hier rum? Hast du einfach kein Taschengeld mehr, um deine Pizza zu kaufen? Das kann doch nicht wahr sein. Das ist hier kein Kinderspielplatz. Du kannst draußen, kannst du rumgammeln. Raus! Komm erst wieder, wenn du Geld hast. Du kannst dich einfach hier sitzen, ohne was zu bestellen. So, der Nächste, der hier nichts bestellt, bekommt von mir mit der Pizzaschoffel einen geklatscht. Wir sind nicht zum Spaß hier. Dann können wir jetzt endlich die Pizza backen. Das wird jetzt richtig cool. Bevor wir jetzt die Pizza backen, gehen wir ganz kurz raus, denn wir haben ganz neues Gemüse, was wir mit Seeds anpflanzen können. Das ist so genial. Wir haben Mais, Tomaten, Zwiebel, Brokkoli, können sogar Blätter schlagen. Dann bekommen wir Oliven, haben Ananas und so vieles mehr. Das können wir allesamt auf die Pizza streuen. Das ist echt der Wahnsinn. Dann haben wir hier den Pizzaofen. Werden wir gleich sehen, hier können wir die belegte Pizza drauflegen. Wir können hier unten Feuer machen und dann wird sie nach und nach langsam braun. Das ist, das ist großartig. Ich liebe diese Mod. Als erstes müssen wir den Pizzateig zusammenkneten. Dazu brauchen wir Mörser und Stürzel, Weizen, Eier und Milch. Frisch abgezapft von der Kuh. Demnach in die Hände gespuckt. Da können wir direkt loslegen. Weizen mit Mörser zum Mehl verarbeitet. Perfekt. Milch und Mehl, Eier und Weizen. Fertig ist der Pizzateigen. Und den können wir jetzt belegen. Wie war das nochmal? Eine Pizza Margherita? Sehr gut. Meine Lieblingspizza. Pff, als ob. Pizza Margherita. Ganz ehrlich, das ist das trockene Brötchen unter den Pizzen. Aber pssst. Für die Margherita Pizza brauchen wir Käse. Und das war's. Für die klassische Pizza brauchen wir Fleisch, Pilze und ebenfalls Käse. Damit hätten wir alles beisammen. Jetzt brauchen wir nur noch ein paar Teller. Teller, Teig und jetzt können wir die Pizza belegen. Pass auf. Schinken, Pilz, Käse. Und schon haben wir die klassische Pizza. Perfekt. Boah, das ist so geil. Und die Pizza mit dem Käse. Pizza Margherita. Was ein Käse. Wie kann man das essen? Da ist nix drauf. Ich schmeiß die Pizza auf den Boden. Dann hat sie zumindest ein bisschen Belag drauf. Jetzt, wo wir die Pizzen belegt haben, müssen wir diese Backen ganz einfach auf den Pizzaofen geschmissen. Das ist der Hammer. Der Belag muss nach oben. Das habe ich diese Woche schon dreimal falsch gemacht. Und heute ist erst Montag. Jetzt müssen wir nur noch Holz in den Ofen legen und das Ganze anzünden. Und jetzt müssen wir ungefähr 30 Sekunden warten. Alter, wie das duftet. Riecht ihr auch diesen käsigen Gestank? Dieser Geruch könnte auch von meiner Magenverstimmung kommen. Also ihr glaubt ja gar nicht, was vorhin auf der Toilette passiert ist. Alter. Pizza ist fertig. Ha, zack. Diese Pizza möchte ich am liebsten selber essen. Mit einem Messer können wir die Pizza teilen und Stücke an unsere Freunde geben. Als ob man eine Pizza mit seinen Freunden teilt. Die isst man selber. In einen Pizzakarton packen. So genial. Oder als Ganzes auf ein Holzbrett servieren. Die Krossekopperpizza ist die Pizza für mich und mich. Die Pizza ist fertig. Pizza, Pizza, Pizza. Bitte sehr. Einmal die Pizza Classic. Und hier Pizza einfallslos. Bitteschön. Damit haben wir die ersten Gäste befriedigt. Als nächstes haben wir ein paar Gäste, die direkt hier am Schalter stehen. Hallöchen. Hallo. Eine vegane Pizza zum Mitnehmen. Dein Ernst? Hey Monopro, schau mir in die Augen, wenn ich mit dir spreche. Eine vegane Pizza? Dein Ernst? So was haben wir nicht. Du kannst diese Pizza Box essen. Die ist vegan. Vegane Pizza. Ich glaube es hackt. Apropos hack. Nächster bitte. Eine Pizza mit viel Fleisch zum Mitnehmen. Jawohl. Das ist mein Mann. Da geht die Sonne auf. Kommt sofort. Jetzt geht's los. Schinken, Rindfleisch, Hühnchen, Zwiebel und natürlich Käse. Yeah. Eine Geschmacksexplosion. Die Wundertüte des Pizzagotts. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Diese Pizza kann man einfach nur lieben. Blub. Tada. Die Pizza ist fertig. Guck mal hier. Einfach die Pizza in einen Karton gelegt. Das ist so cool. Pizza ist fertig. Diese Kartons sind der Hammer. Also jeder andere Pizzamod ist Schinken dagegen. Es gibt so viele Variationen. Und hier. Die können wir ganz einfach aufreißen. Dann gehen wir direkt zum nächsten Gast. Ahoi, Herr Kapitän. Was dürfen wir euch bringen? Ich hätte gerne eine Pizza Hawaii. Okay. Und du? Für mich die Pizza Rustica. Okay, Rustica ist ziemlich abenteuerlich. Mit Mais und Pilzen. Ich nenne sie auch gerne Pizza Unfall. Kommt sofort. Ich werde in den Teig stechen und in meine Kombüse gehen. Schinken, Ananas, Käse. Und schon haben wir Pizza Hawaii. Schinken, Paprika, Mais, Fliegenpilz, Käse. Und schon haben wir Pizza Rustica. Das sieht richtig lecker aus. Oh, Pizza ist fertig. It's Pizza Time. Ich eile. Ich eile. Hawaii Pizza für den Kapitän. Pizza Rustica für die Landratte. Perfekt. Piep, piep. Wir haben uns alle lieb. Haut rein. Lol. Hier ist ja Big Mac. Hallöchen. Na, mein dickes Gummibärchen. Du möchtest doch sicherlich eine Pizza bestellen. Ich habe Geburtstag. Bekomme ich eine Pizza geschen... Ähm. Ich habe Geburtstag. Bekomme ich eine Pizza geschenkt. Jetzt echt? Du hast wirklich Geburtstag? Aber natürlich kriegst du eine Pizza umsonst. Und zwar die Pizza rausschmiss. Tschüss. Das kann ja wohl nicht angehen. Möchte noch jemand eine Pizza bestellen? Zwei zum Preis von drei. Nur heute. Der Zombie sieht noch hungrig aus. Hallöchen. Möchtest du was bestellen? Vegetarische Pizza. Vegetarische Pizza? Ist das dein Ernst? Kein Fleisch? Keine richtige Pizza? Zombies sind auch nicht mehr das, was sie waren. Deswegen sind Zombies grün. Die essen einfach viel zu viele vegetarische Pizzen. Und was möchte unser grüner Spargel essen? Einmal die Pizza Fungi. Aber flott. Sonst knallt's. Alter. Ich knall dir auch gleich eine. Pizza auf dem Tisch. Denn die wird richtig lecker. Pilze und vegetarische Pizza? Na, da haben sich ja zwei gefunden. Jetzt geht's los. Fußpilz. Käse. Pizza Fungi. Zack. Mais. Paprika. Tomate. Brokkoli. Käse. Vegetarische Pizza. Kann man da nicht noch ein bisschen Fleisch drauf tun? So ein bisschen für die Würze? Kann man eigentlich vegetarische Pizza auch als Meerschweinchenfutter verwenden? Was ist das? Was ist das? Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen warten. Oh, Pizza ist fertig. Vegetarische Pizza für den Zombie. Pizza mit Pilzen für den Creeper. Moment. Wie soll der Creeper ohne Hände die Pizza essen? Hm. Egal. Da sitzt ein Hotdog auf der vegetarischen Pizza. Hey Blaze, du hast doch sicherlich auch Hunger. Ich hätte gerne die verbrannte Pizza. Fantastisch. Die bekommen viele. Jede zweite Pizza, die ich backe, ist verbrannt. Yeah. Regel Nummer 15. Für eine verbrannte Pizza, opfere immer eine vegetarische. Okay, hoffentlich, hoffentlich kriegen wir die noch abgekratzt. Yeah. Pizza ist fertig. Hey Kerze, bleib stehen. Ich hab hier deine Pizza. Hier hast du deine verbrannte Pizza. Bitteschön. Hey Dofi-Logi. Möchtest du auch was essen? Heyo. Ich hätte gerne ein Happy Meal mit einer kleinen Fanta und nem Spielzeug. Ähm. Dein, dein, dein Ernst? Ich geb dir gleich ein Spielzeug. Weißt du was du bist? Du bist Lumpi-Spielzeug. Los Lumpi. Fast. Sehr gut. Wir haben noch so viele, die was essen wollen. Jetzt im Schnelldurchlauf. Vier Pizzen auf einmal. Ich werde alles mitschreiben. Okay. Concrafter Pizza. Pizza Wingardium Liviosa. Pizza Toskana. Und einmal Pizza Pompea. Alles klärchen. Kommt sofort. So volle Möhre. Ohne Möhre. Schinken. Käse. Und schon haben wir die Concrafter Pizza. Den Schinken hab ich extra lose draufgelegt für die Vegetarier unter euch. Dann könnt ihr den einfach abziehen, den Schinken wegwerfen und dann habt ihr die vegetarische Variante. Ich bin ein Genie. Paprika, Oliven, Pilz, Schinken, Käse. Vegardium Liviosa. Wenn man keine Popel essen soll, wieso sollte man dann Oliven auf eine Pizza legen? Ich verstehe es nicht. Tomaten, Gurke, Pilz, Schinken und Käse. Pizza Toskana. Paprika, Popel, Pilz, Schinken, Zwiebel, Käse. Pizza Pompea. Also ganz ehrlich, die Pizza sieht so aus, als wäre sie schon mal auf den Boden gefallen. Habt ihr manchmal auch das Problem, dass eure Füße so kalt sind? Damit sind die Pizzen fertig. Yeah. Pizza ist fertig. Pizza Time. Bitteschön. Ich hoffe, euch wird es schmecken. Für euch mit einer extra Portion Käse. Damit haben wir die nächsten Gäste glücklich gemacht. Für diese Aktion möchte ich auf jeden Fall eine Beförderung haben. Hey Chef, hast du gesehen, wie ich die ganzen Pizzen gebacken habe? Ist das nicht fantastisch? Du warst richtig super. Super schlecht. Du bist gefeuert. Was? Was? Das kann nicht wahr sein. Warum? Das kann nicht sein. Wir haben uns so eine Mühe gegeben. Dafür werde ich dich mit diesem riesen Pizzastück hauen. Kann ja wohl nicht angehen. Blöd, Mann. Ich mag dich nicht. Hier die Schaufel kannst du auch behalten. Ich hasse Pizza. Komm Lobby. Wir hauen ab. An dieser Stelle ein ganz wichtiger Hinweis. Wie fandet ihr dieses Abenteuer? Eher Salami, Schinken oder war alles Käse? Ich glaube, wir müssen mit anderen Mods einen neuen Job suchen. Ich freue mich schon drauf. Ein weiteres Abenteuer findet ihr direkt auf dem Bildschirm. Schaut es euch gerne an. Ich hatte richtig viel Spaß mit diesem Video. Ich hoffe, ihr auch. Ich freue mich jetzt auf Trobots und weitere Mods. Vielen Dank fürs Zuschauen. Das war der sprechende Käse. Bis dahin und Tschüss.